ich will Minecraft free Boah, wer ist denn grad am rappen mit seinem Headphone? Ich nicht Headphone, das ist grauens Hey, verschwinde, verschwinde, verschwinde Melonen Verschwinde, frische Melone Also weißt du, die wissen, dass ich unsterblich blind bin und dort zu versuchen, die mich dort zu machen Hey, ich habe diesen Modus an, okay? Ihr Kleinen, wenn wir jetzt nicht in Pyramiden drin wären, würde ich euch mit Dynamit bestücken Ihr kleine Bauer Bauer mit drei Augen Springt hier nur rum und nervt mich Das ist schon irgendwie Oh nein, 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 was ist denn hier los? Hier ist ja Wasser Hier ist ja voll viel Wasser Ich brauche eine Waffe Echt? Ich brauche Wasser? Ich brauche eure Meinung Ja, warte, wir sind gleich da Okay Dort 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 Deine Meinung Ja, du hast doch mich angemacht, Mann, jetzt tust du so, so hätten wir nichts miteinander Okay Das hätten wir nichts miteinander Was habt ihr miteinander? Was habt ihr dir miteinander? Vieles Mann Er hat mich genervt Ich glaube, ich habe zu großes Loch gemacht Gibt es sowas auch? Zu groß Los Kann man es zu groß noch machen? Kann man es zu groß noch machen? Kann man es zu groß noch machen? Oh, ja, ja, ja Entschuldigung Kann man es zu groß noch machen? Ja, also ich gebe es gleich auf Wenn keiner kommt, gebe ich es auf Ja, warte doch kurz Ich gebe es auf Ich gebe es auf Ich schaffte es schon, Jungens Ihr seid doch alles große Jungs Das ist geil, dass ich helfen, Sascha gar nicht Echt? Und ich dachte Ja, das ist dann wieder das gleiche Wo bist du denn? Ich bin hier, ich mache eine zweite Türe Und das ist doch eine Hilfe, Mann Ja Klar auf jeden Fall Und mir hilft niemand Forever alone Das stimmt Hey, hey, was ist denn los, Mann? Sag ich schon, wie sich das anhört in unseren Köpfen Oh, mein Gott Wie habe ich denn? Mein Gott Das fühlt sich an wie so ein toter Wolf Ja, ja Kaputer Wolf Das hört sich nicht so an, das ist so Ja, ist okay, Mann Können wir dir helfen? Das ist wie, wenn man so voll rein schreit, ausversichtlich Boah, es ist schon 14 Uhr Genau, und mein Vulkan ist immer noch nicht fertig Wann machst du denn Vulkan endlich fertig? Ja, ich brauche euch, ihr müsst es euch angucken Ja, keine Straße Ich mache Straße zu Ende und dann kommen wir zu dir Oh, ja Bist du zu mir kommen, bin ich schon im Himmel Ganz weit Ich bin ganz weit in die He-Mail-Chene Ganz weit weg von hier, von dieser scheißverkackten Welt Du bist Dinger, T-Pain Ja Und bei mir nicht Ich mache das so mit meiner Stimme Und bei mir ist es normal Mach das extra, weil Du willst ein bisschen Abwechslung rein Was geht, Alter? Was geht? Was geht? Was geht? Das mit dem Gold muss trotzdem länger sein, weil das bescheuert ist, wenn das Naja, das geht trotzdem weg Hm Hm Oh, oh, oh Ihr seid beide bei mir T-Pain, also ich höre euch ganz schlecht Echt? Ich muss mal kurz ausmachen Ja, aber da muss man hinterher viele Sachen Ich höre euch doch beide gut Ist ja ähnere was Ich muss mal kurz ausmachen Pause Pause Genau Und da sind wir wieder in den Das macht uns gut Besten Und doch man hört uns schon gut, oder? Ja, jetzt hört man uns Auf jeden Fall, wir sind am Start Ja, da hört man uns Skype diese böse Programm Machen immer T-Pain aus Stimmen So Ich glaube, ich gebe es einfach auf Genau Ich gebe es einfach auf Er ist beleidigt, dass wir nicht kommen Ich habe es versucht Niemand wollte auf mich hören Was denn? Mein Name ist Barney Ich bin ein Alkoholiker Eines Tages habe ich angefangen Einen Vulkan bei Minecraft zu bauen Und da hat einfach kein Ende genommen Und dann habe ich Unterstützung gebaut War niemand da Jetzt steht doch mal ne Sekunde Mein Name ist Barney Du bist ein Schmuck, Alter, nicht Barney, Mann Kennst du das nicht? Ja, aber das hier ist langweilig Hier ist es eher spannender Echt Geiles? Was nicht langweilig ist? Mein Vulkan Ja, warte, ich komme gleich Ich bin fertig Mein Name ist Barney Wer ist denn das von Simpsons? Das ist von Simpsons Echt, du meinst den, Barney? Er wollte also Oskar bekommen, dass wir seinen komischen Film Aber geile Anspielung So, so, so Das wird immer schöner und immer größer Ich kann nichts dagegen unternehmen Wie? Okay, es gibt auch gerade Gas und sind wir gleich da Das ist Talent, oder? Das kommt einfach Das geht gar nicht anders, oder? Das ist wie eine Gabe Ich kann das nicht kontrollieren Ja? Ja Das ist doch geil, oder? Ja Ja Nee, der Gold ist zu früh, Mann Nein, zu spät Nein, zu früh Egal, ich lieg's da auch Oh, nichts verstehen Gold, zu spät, schön, ist ja Sushi 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 So langsam So schnell Was kommst du und tanzt hier? Pass auf, ich hole mein Schwert raus, du bist tot Sagst du das nur zu den Monstern oder auch zu anderen? Zu Monstern Und zu anderen Zu anderen Zu anderen auch Zu anderen das nicht erfahren, das ist das andere Cover Okay, dumm, 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 dau, dau Kommt niemand gerade zum Vulkan Warte doch, ne Sekunde Jetzt bin ich fertig Ich dreh schon durch Du bist durch? Ich dreh durch Ja, warte, ich bin fertig Ich kann das nicht mehr sehen Ja, warte doch, Mann Ich muss nur noch zwei hier Druckplatten dran klatschen Und noch ein bisschen Gold Jetzt bin ich fertig, ich flieg zu dir Mein Name ist Marc Komm Oha, aber der ist gar nicht so hoch, Digga Labber kein Scheiß Oh, okay, du hast ihn gerade so überholt Gar nicht so hoch Ey, du hast ihn gerade so überholt mit vielleicht zwei Klötzchen so geschätzten Aber von der Masse an Steinen ist der schon groß Ey, der ist bestimmt nur so aus, von innen ist er hohl, ey, ja, guck mal wie hohl der ist von innen Ja, schon Ah, ja Ich füll den jetzt aus, okay, mit schwarzen Steinen Okay So eine kranke Scheiße Boah Man sieht ja fast keinen Boden mehr drin Scheiß, das ist ja hoch Und wann kommt Lava rein? Jetzt, genau, wenn du unten bist, kommt Lava rein Ja, schmeiß Lava rein, yeah Komm, 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 ich will Erfrischung Wollte Ihr seid gleich alle am Arsch Du und du Komm, mach doch Dinger Ein bisschen höher, Mann Komm, schmeiß Lava rein Aber wenn du schon dabei bist, wenn wir schon zu zweit sind hier Für was hast du schon geholt? Ja, dann mach ich mal so Fünf Steine nach oben einfach jetzt Einer rein und fünf nach oben Fünf Eins, zwei, drei, vier, fünf Was ist das so mit Klau oder was? Ja, ja, ja Klar Eins 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 Zwei, drei Eins, diese Eins, eins Eins, drei, drei, vier, fünf ich habe immer so einen Reihen und dann immer geguckt es ist schon sehr sehr aufwendig boah die Achterbahn Fabio hast du die schon fertig boah kann man die schon fahren echt wo geht's los boah ist zu Hause echt boah das müssen wir das habe ich auch noch nie gesehen ey shit Allah hast du erst heute gemacht oder ja fuck und du sagst nichts man das ist doch eine Premiere wo ist der doch hab ich du hast die ganze Zeit gelabert ja aber jetzt sehen sie seht ihr es nochmal bei mir wenn ich das finde boah das ist ja echt aufregend aber wo ist die wo fängt man einfach zu Hause sagt er okay zu Hause ich muss nach Hause fliegen krass alles klar wir fahren gleich mit der Achterbahn das wird ein Kurs sein und das ist nichts für kleine Kinder ich habe das gute Bekauf um ein Gott wo ist das so mehr ist und vor dunkel und so dunkel man sieht die Schilder ist einfach für die Fahrt dunkel gemacht wird das ist exakt für die Achterbahnfahrt gleich vor allem aber wo wo ist das ich bin zu Hause ich bin zu Hause ich bin zu Hause ich bin zu Hause sonst wird es zu heftig man steigt einfach rein oder ja man muss es anschubsen er hätte die vierte ohne mich ich bin man muss es anschubsen man muss man mit rechtsklick rein schaffen ich bin voll kompliziert es ist richtig gut aus der Vulkan wir anschubsen mit rechtsklick man anschubsen und dann mit rechtsklick einsteigen Moritz ex-fest denn diese Bekommen diese Nachrichten von Watt diese Worte hat Gott in welche Richtung und ähm ja soll ich jetzt zu dir gehen und dir das zeigen wow 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 wohin fahre ich jetzt es geht nur in eine Richtung shit man yeah da wo der Tod ist wow 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 ja ich hab dich zu auch wenn man was sagt mit dem dann ist es für ein Mann Akku ich bin der Beste ich fahre Achterbahn Fabioso des Grauens ich weiß nicht mehr ich hab mir gedacht man muss seine noch noch zu jaja so wollen und ich bin ja nah aber früher mal ich bin nichts Worte ich auch nicht mal wo was ich muss ja er schiebt er so schön so geil wo auch wo aber die Achterbahn geht nicht in die Pyramide rein du bist falsch umgefahren so kann sie durch die Achterbahn fahren je er war es ist auch noch ein bisschen zu sehen ist er auch er wurde falsch umgefahren ist aber feiert sich die richtung die andere Richtung zu fahren andere diese die Idee und hier auch einmal aber gleich wird aber einiges aber ich habe mich recht nicht mehr sieht man nichts man ist aber egal aber ja alles schild auf einmal an der hier wo die kommst du nicht so schaffst du Kurs und Kumpel nach nur ganz oben und schauen wie sich das ergibt ja muss man ja nicht unten was abstehen nicht dass du uns jetzt ein Verbrauch wo auch 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 auf der Zeit weil wir sind auch mal zählen kurz ab und schatten wo wo ich kann ich nur wo auch das ein je je ab ab du scheiße es hat kein Ende mann jetzt schon mal was passiert jetzt kann man nicht was wegnehmen hober ich muss ein Eimer schon bereit haben am besten mehr einmal wo das muss ich sehen aber man kommt das muss ich sehen ich komme zu euch zu viel aber alle ja klar zu viel wo ist Lava lass mal was wegnehmen nur einmal an drei vier stellen würde ich es machen wow wow das ist so schnell das geht so schnell das ruckelt voll ich sehe Lava man ich sehe so viel oh scheiße man das ist voll viel Lava das läuft ja voll aus es ist gar nichts mehr da oder ja chill mal was ist das überhaupt ach du scheiße ach du scheiße was macht der Monarchum ach du scheiße der ganze Wald wird weg sein ach du scheiße nein nein der Vulkan zerstört die ganze Welt der Vulkan ist für das Ende da nur die Pyramide wird stehen bleiben oh scheiße man guck mal so wie da unten muss es aussehen immer wieder so schwarz ich will nicht dass da was kaputt geht boah Eskalation ach du scheiße pass auf boah der Sascha hat das doch aus Wolle gemacht kann das sein was denn ja man dieser Aussichtsturm mit diesem ganzen Umrandung von diesem das anfängt zu brennen dann brennt es aber richtig ach du scheiße boah hier könnte das sogar aufgehen ach du scheiße ach du scheiße wo seid ihr seid ihr drin du kannst es ja mit Wasser stoppen mit da aber dann sieht es nicht schön aus oder dann muss er wieder abbauen kann aber ein paar Stellen so war zum Beispiel machen das war da ein bisschen so schönere Strukturen hat hier aber im Vulkan ist ja nix los guck mal ich brenne ich brenne ich brenne schau mal zum Beispiel so war es hier dass man sieht vorhanden hat er gemacht erwartet mich schon ach du ach du scheiße ich bin